Er hat sage und schreibe 33 Kilo in 6 Monaten abgenommen. Wow! Und in diesem Video sind zwei wichtige Learnings drinnen. Auf der einen Seite, wie ist es ihm gelungen, so viele Kilos in kurzer Zeit abzunehmen? Und das Wichtigere, wie gelingt es ihm, dabei zu bleiben, ohne dass er sich selber Stress und Druck macht? Denn früher, hat er gesagt, hat er immer wieder Diäten gemacht. Er hatte eine Erfolgskurve nach oben, aber hinten ist es dann wieder steil abwärts gegangen und das Ganze war sehr schnell wieder drauf. Wie ist es ihm gelungen, in kurzer Zeit 33 Kilo abzunehmen? Für ihn war die Lösung eine Ernährungsumstellung, keine Kohlenhydrate, kein Zucker und Sport. Also Richtung ketogener Ernährung und eben Bewegung und Sport. Das Allerwichtigste, warum bleibt er jetzt dran? Warum bleibt er jetzt konsequent? Früher hat er gesagt, da hat er, wenn er eine Diät gemacht hat, da hat er sich konzentriert. Er hat von sich selber 100% Konsequenz gefordert. Ist ihm eine Zeit lang gelungen und dann eben nicht mehr. Und jetzt hat er es anders gemacht. Vielleicht kennst du die Pareto-Regel 80-20. Im Unternehmertum sagt man, mit 20% der Kunden oder mit 20% vom Aufwand macht man 80% Ergebnis. Er hat diese Regel für sich selber umgedreht und für sich angepasst. Er hat gesagt, früher habe ich 100% Konsequenz verlangt und konnte es nicht lange halten. Das heißt, ich achte zu 80% darauf, dass ich keine Kohlenhydrate, keinen Zucker einnehme und am Wochenende mal zwischendurch eine kleine Schokolade darf sein. Das ist okay. Und darum kann er das jetzt halten. Und das können wir sofort zu unseren Themen übernehmen. Und sagen, ich brauche nicht 100% Konsequenz, ich brauche nicht 100% Fokus, sondern 80%. Aber das bitte dauerhaft. 80% Konsequenz und 20% können wir sagen, okay, heute nicht, heute keine Lust. Aber morgen, übermorgen, ganz übermorgen und überübermorgen wieder. Ich wünsche dir viel Spass, viel Erfolg bei allem, was du anstrebst. Bis bald.